Vor wenigen Wochen hatten Philipp Höfer und Patricia Bachmann bei GZSZ eine leidenschaftliche Affäre. Doch als Philipps Schwester Emily hinter das Verhältnis ihres Bruders und Johns Mutter kommt, zwingt sie die beiden, die Sache zu beenden. Andernfalls hätte sie John von der Affäre berichtet. Doch in den nächsten Tagen kommt es zu einer überraschenden Wendung. Unerwartet kommt Philipps und Emilys Mutter Janani zu Besuch. Sie bestärkt ihren Sohn darin, seinen Gefühlen für Patricia weiter zu folgen und der Liebe der beiden eine Chance zu geben. Nachdem sich Philipp und Patricia erneut ihren Gefühlen hingeben, entschließt sich Philipp dazu, John endlich die Wahrheit zu sagen. Doch Patricia grätscht ihm dazwischen und verhindert, dass die Beziehung der beiden ans Licht kommt. Johns Mutter erklärt Philipp, dass ihr Sohn für sie oberste Priorität hat. Enttäuscht zieht sich Philipp zurück und will aus der WG ziehen. John wird wegen Philipps Auszug und seiner miesen Laune misstrauisch. Er stellt seinen Bruder zur Rede und beide geraten in einen Streit. Vielleicht wird John doch noch herausfinden, dass sein Bruder ein Verhältnis mit seiner Mutter Patricia hat. Ich würde sie schützen, wenn Sie sich das Thema, Ich bitte etwas, was Sie sagen. Beφung als Sie sind? Untertitelung des ZDF, 2020